Hallo meine Lieben, ja auch ich habe mir jetzt so einen Fidget Spinner gekauft, denn ich finde, wer einen Trend hat, gerade die Leute, die hier zuschauen, des jüngeren Alters sind vielleicht, man müsste auch wissen, was man damit anfangen kann und deshalb erkläre ich euch mal, welche Physik heute dahinter steckt. Ich habe mir gerade einen gekauft für 5 Euro, Handspinner, aber high quality, made in China. Und wir wollen uns heute mal der Frage widmen, warum kann man mit dem Teil Tricks machen und warum ist der so stabil, wenn man ihn wirft. Und das erkläre ich als erstes und danach reden wir mal ganz kurz darüber, ob die Dinger in der Schule was zu suchen haben oder nicht. Ich sage euch meine Meinung dazu, ich werde aber beide Seiten betrachten, sowohl positive als auch die negative Seite daran. Gut, packen wir ihn doch einfach mal aus. Oh, super verpackt, direkt, ja Pappe und ja, super high teures Plastik. Und hier ist er auch schon, wir drehen ihn mal direkt an, beziehungsweise ich erkläre vorher mal, was wir hier haben. Wir haben hier ein, ja man könnte fast sagen, ein dreieckiges Gebilde mit Gewichten an den Ecken und in der Mitte ein Kugellager, dessen Mitte wir festhalten können über dieses Stück Plastik hier. Ich halte es mal mit dem Daumen und dem Zeigefinger fest, drehe ihn an und stelle fest, ja er lässt sich ganz gut frei drehen. Ja, also das Kugellager scheint seinen Job zu machen. Ich kann ihn auch auf einem Daumen balancieren und er schwingt auch sogar ein bisschen. Ja, ist eine tolle Sache. Aber man kann ihn ganz einfach tunen, indem ihr mal einfach ein bisschen Öl nehmt, muss kein teures sein, Silikonspray, da ist sogar ein Kugellager drauf. Ja, einmal hier zwischen, zack, eins, zwei und damit schmiert ihr die Kugeln im Kugellager, sodass sie noch weniger Reibung haben und damit kann man sie noch besser gleiten lassen oder rollen lassen, damit die noch schnellere, oder damit noch schnellere Rotationsbewegungen möglich sind. Hier sieht man sogar schon, ich brauche ihn nur ganz leicht berühren und schon dreht er sich. Also das Öl hat tatsächlich was gebracht. Und wenn ich ihn jetzt richtig andrehe, haben wir richtig Power dahinter. Nummer eins, was kann ich damit machen oder warum funktioniert das? Nehmt euren Fidelschwinner, dreht ihn nicht, werft ihn hoch. Werft ihn hoch und was sieht man? Er dreht sich in der Luft. Ja, er steht nicht stabil in der Luft. Er bewegt sich, er überschlägt sich sogar, ja, also er bleibt nicht gerade in der Luft. Jetzt drehe ich ihn an und werfe ihn wieder in die Luft. Und was sehen wir? Er bleibt stabil in der Luft, egal wie ich ihn werfe. Ja, ob ich ihn mit der Kante nach oben werfe oder ob ich ihn waagerecht nach oben werfe. Er bleibt immer stabil. Und das ist ein bestes Beispiel für das gyroskopische Moment. So heißt es in der Physik, denn das gyroskopische Moment macht, dass das Teil in der Luft stabil bleibt. Oder auch generell ein Kreisel stabil bleibt. Wenn ich jetzt von mir aus gesehen vorne eine Kraft ausübe, würde man erwarten, dass das ganze Teil nach hinten kippt. Das gyroskopische Moment sorgt aber dafür, dass er nicht nach hinten kippt, sondern nach links, wenn ich ihn im Uhrzeigersinn drehe. Ja, das heißt, ich drehe ihn so an, drücke hier drauf auf die Seite, dann kippt er aber nicht nach hinten, sondern er kippt so, um 90 Grad verdreht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das die ganze Zeit passiert beim Drehen, dann werden auf allen Seiten drückt gleich viel Kraft, könnte man sich fast vorstellen drauf. Und dabei kippt er dann in gar keine Richtung und bleibt einfach gerade. Das kann man sich vereinfacht vorstellen. Kann auch jeder selber mal zu Hause ausprobieren. Ich kann es nicht so gut, habe ich gerade festgestellt. Ich ersetze den Fidget Spinner einfach mal durch so eine Pappscheibe. Und den Halter, meinen Daumen- und Fingerhalter durch so eine Stecknadel hier. Und mache den mal hier drauf und dann drehe ich den an. Und wenn ich jetzt hier drauf puste, müssten wir sehen, dass das Teil quer kippt und nicht längst. Und das klappt nicht ganz so gut, aber man kann üben, dann geht das. Er kippt ein bisschen schräger runter. Es ist nicht ganz so einfach zu zeigen. Tut mir leid, wenn es nicht ganz so gut klappt. Ich puste mal von unten. Dann hebe ich ihn natürlich runter von der Nadel. Also das könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ihr müsst natürlich relativ rund, das ist jetzt nicht perfekt rund geworden, einfach mal probieren. Damit kann man das gyroskopisch im Moment, hat nichts mit Gyros zu tun. Haha, Witz. Ja, sondern es hat was damit zu tun. Ja, man findet diese Technik übrigens auch in Helikoptern oder in Quadrokoptern, in diesen fliegenden Drohnen, damit das Teil weiß, ob es waagerecht in der Luft steht. Denn, wenn ich jetzt merke, wenn es schräg steht, dann muss ich eine ganz schöne Kraft aufwenden, um das Teil zu drehen. Und damit erkennt ein Sensor dann, ob das Teil waagerecht in der Luft ist oder nicht. Auch Schiffe haben das Teil. Gut, dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt. Das wollte ich gerade erklären. Das hier, müsst ihr euch vorstellen, ist auch der Grund. Oder hiermit kann man erklären, warum man mit einem Fahrrad fahren kann, ohne umzukippen. Denn wie viele von euch können denn auf zwei Rädern balancieren, wenn ihr steht? Nicht nur kurz, sondern solange ihr wollt. Das kann, glaube ich, fast keiner. Und deshalb braucht man rotierende Räder. Wie kann man sich das vorstellen? So schneller sich ein Rad dreht, desto weniger hat es Bock, umzukippen. Kann man sich einfach vorstellen. Das ist euer Rad, euer Fahrrad jetzt. Ich gucke von der Seite drauf. Euer Fahrrad steht. Lasst es mal so hin und her kippen. Ihr merkt, es ist ganz einfach, hin und her zu bewegen. Jetzt nehmt ihr mal das Teil und dreht es an und kippt es wieder hin und her. Das ist schon schwieriger. Man merkt es gerade, wenn man so macht. Also ihr lasst es stillstehen, macht mal so. Da lässt sich das Rad gerne umkippen. Aber wenn ihr es schneller dreht, dann merkt man richtigen Widerstand. Und dieses gyroskopische Moment, oder auch Kreiselkraft genannt in dem Sinne, ist je größer, desto schneller sich das Rad dreht. Deshalb können auch Motorrad-Stuntfahrer, die mit 50 kmh geradeaus fahren, im dritten Gang zum Beispiel, beim Leerlauf, die können sich auf den Sattel draufstellen und die Maschine fährt ganz stabil geradeaus, eben weil das Rad keine Lust hat, umzukippen. Und wenn ihr jetzt mal eure Hand bewegt, wenn das Teil sich dreht, es ist schon schwieriger. Also nochmal zusammengefasst, bei der Rotation bleibt das Teil stabil in der Luft und wenn ich das andrehe und bewege, lässt es sich schwieriger umkippen. Aus diesem Grund kann ich Fahrrad fahren oder Motorrad fahren. Das kann man alles mit dem Fidget-Spinner erklären. So, und das kann man sich deshalb auch ganz simpel merken, wenn ich jetzt schon Finger auf Finger werfe, ich kann das nur planen, weil das Teil halt immer in einer Ebene springt und wieder fällt. Es macht nie so eine Bewegung. Es bleibt immer stabil. Ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Gut, falls ihr noch Fragen habt zu dem Teil, einfach unten reinschreiben. Ja, ich kann gerne noch ein paar Sachen dazu erklären, wenn ihr wollt, aber das sollte erstmal reichen. In der Schule, hat das etwas zu suchen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Meiner Meinung nach hat das Teil in der Schule nichts zu suchen. Aber nicht, weil ich es nicht sinnvoll finde, sondern weil ihr euch einfach gegenseitig dann ablenkt als Schülerinnen und Schüler. Denn wenn jetzt sein Nachbar auch so ein Ding hat und im Unterricht ihr das Teil benutzen dürftet, dann würdet ihr die ganze Zeit da sitzen und sagen, boah, geil, guck mal, kannst du das schon? Ich kann auf der Nase, ich kann auf den Kopf, ich kann ihn rumwerfen. Ja, dann seid ihr abgelenkt vom Unterricht. Wenn ihr aber lernt, alleine oder Hausaufgaben macht, dann kann das total sinnvoll sein. Denn dieses Teil hier fokussiert auch Aufmerksamkeit. Man kann damit ein bisschen die Konzentration fördern, wenn man damit spielt. Einige von euch spielen vielleicht zu Hause mit Stiften oder sie basteln dann irgendwas rum. Und das kann schon förderlich sein dafür. Aber in einer großen Gruppe, wenn andere das mitmachen und man sich gegenseitig übertrumpfen möchte, ist das keine gute Idee. Alleine, um ein bisschen sich konzentrieren zu können oder um sich zu beschäftigen, eine gute Idee. Also deshalb denke ich, in der Schule, nein. In der Pause hängt es von der Schule ab, ob es erlaubt ist. Ja, aber ich würde schon sagen, zu Hause beim Lernen, wenn man das mag, ist das eine gute Sache. Auch eine schöne Investition. Denn so schnell gehen die Dinger auch nicht kaputt. Ist ja, denn man schmeißt es dreimal auf den Boden. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, empfiehlt mich weiter. Natürlich nur, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020